Was mich sehr überrascht hat, ist die Bandbreite dessen, was man hier an Informationen und an Input bekommen kann. Das reicht ja wirklich von der Pensionsrückstellung bis hin zu Details im steuerlichen Optimierungsfall. Das ist eine ordentliche Packung und ich kenne kaum eine andere Veranstaltung, in der solche Bandbreiten in dieser Tiefe abgedeckt werden. Also was man wünschen kann, ist, dass im Bereich Nachfolge eine noch höhere Publizität erreicht wird.